A. Haben wir schon die Regeln geklärt? Der zählt noch, der ist richtig fokussiert. Stopp! V. V. Foul, ne? Nein. Nicht F, V. Was? Vogel. Vogel-V. Nicht F. V. Das heißt, ich bin so raus, wirklich. Ich bin der V so raus, ey. Aber nehmen wir nur Deutsche oder Englische? Mach doch, was du willst! Stopp! Ja! Jetzt seid ihr alle gespannt, was hier bei V passiert. Ich bin komplett raus. Fußball habe ich nichts begriff. Verteidigung. Das ist ja schon ein Zwanziger-Schlitten, ne? Boah, das ist schon stark. Van de Ven. Habe ich auch. Scheiße. Gab es keinen anderen mit V? Nein. Schlechter Ort für das erste Date? Welt ins Arena. Boah, das ist krank. Da wären wir eigentlich ein Zwanziger. Ich habe das Vogelhaus. Also was? Zehn, ne? Zehn, ne? Von wem ist das eigentlich das Stadion? Schalke. Schalke, du ****. Okay. No go in der Liebe. Ich habe nichts mehr. Habe ich versucht die Liebe. Ich bin alles raus. Würdest du mir erzählt, dass versucht so? Weil der Versuch, das ist ja eigentlich... Ja, okay. Ja, okay. Gebe ich. Gebe ich du. Würde ich auch so sagen. Dafür gibt es Eigenformen drin. Habe ich verlieren. Ich habe nichts mehr. Achso. Gebe ich dir die Punkte. Und Grund für eine rote Karte habe ich verspekuliert. Und dann war es ein Foul. Ist gut. 95er Schlitten. Wenn wir gleich haben, ist es zehn Punkte, oder? Ja. Ja, dann habe ich 20. Stopp. Ha. Ich sage euch, ich bin ganz schlecht in so einem Spiel. Bei Wolf, Ex-Wolf nur Vor- und Nachnamen oder Vornamen auch? Ja, nur Nachnamen. Sonst bin ich... Ich kenne ja schon so viel weniger wie du. Ja, deswegen kenne ich gar keinen. Ja, das ist schon mal gut für mich. Weil dann brauche ich nicht nachdenken. Scheiße, ist was bodenlos. Ja, stopp. Mir fällt ja nichts ein. Fällt dir nichts ein? Scheiße, ich habe drei nicht. Ich habe zwei nicht. Fußballbegriff. Habe ich keinen. Handspiel. Scheibenkleister, du Armleuchter. Ex-Wolf habe ich keinen. Habe ich auch keinen. Schlechter Wort habe ich keinen. Habe ich Hohen Darsberg. Ich habe auch überlegt, ob ich Hansa Rostock nehme. Aber da kenne ich ja nichts. Aber was ist das? Ich kenne das nicht. So eine Hochzeitlocation. Das ist schlecht für das erste Date, wenn du dahin marschierst. Ja, weiß ich nicht. Dann lasse ich es gelten. Aber kenne ich nicht. Ja, dann kannst du gucken. No-Go in der Beziehung. Handkuss. Beinahe andern. Habe ich geschehen. Hauen. Hauen. Passt, oder? Ja, passt. Dann habe ich nichts. Ich habe geschrieben, so. Dafür gibt es eher vom Trainer so Hass gegenüber anderen. Keine Ahnung, wo man das nehmen kann. Lassen wir den zählen. Ja, genau. Grund für eine rote Karte. Habe ich auch wieder Hauen. Hauen. Ich habe Halten oder Handspiele. Gibt es ja auch beides. Ja, stimmt. Das war ein ganz schlechter Durchgang von mir. Konzentrier dich. Bin ich wieder? Ja, wenn wir zweimal gespielt haben, dann spielt ja noch einer mit. Ah. Stopp. Zähl. Stopp. Fußbegriff habe ich. Cut. Da habe ich nichts. Dann Caliduri. Dann habe ich Chemielabor. Ich habe Candyland. Wieso? Candyland. Weißt du die? Ja, passt. Feilescheiße. Dann Logo in der Beziehung. Da habe ich Cellulite. Was ist das? Weißt du nicht, was Cellulite ist? Das ist, was die Frauen immer gerne weckern möchten. Wenn es ein bisschen. Okay. Den Begriff so kenne ich nicht. Ja, das ist so. Lass ich dir gelten. Dafür gibt es einen vom Trainer, aber ich kann cool sein. Was? Das ist gut. Und dann habe ich Cutten, aber ich glaube mal, das gibt es eigentlich nicht. Was? Cutten. Wenn du so einen weckatzt. Nee, den gebe ich mir nicht. Nee, den gebe ich mir nicht. Ich habe sonst auch gute Punkte gemacht, deswegen reicht mir das. Naja, der eine war nicht schlecht. Cool sein ist überragend, muss ich sagen. A. Stopp. G. Stopp. Fussballbegriff Grätsche. Habe ich auch. Ex-Wolf Gerhard. Habe ich auch. Schlechtes, der Ort für ein Date habe ich Gütersloh. Das ist für Bühlerfeld so ein Ding, aber das ist ein richtig schlimmes Dorf. Weiß ich nicht. Ich habe Gruppenraum. Passt. Ist auch okay. No-Go habe ich nichts. Darf ich geiern? Ja. Hinten nach. Das machen wir nicht, aber es gibt ja andere Mitspieler. Die habe ich dir. Ja, komm, drehen das Boden los für mich. Ich habe geschrieben, wenn man grunzt. Kennst du das? Zu viel groß. Ja, das ist ein Versuch, so wie der Einer vor. Ich habe nur ein Geilsein, wenn man geil drauf ist. Weißt du das? Geil, wenn man zu geil drauf ist. Aber das hast du ja vorher schon bei Kuhn gehabt. Na gut, dann nehme ich es halt weg, wenn du da ausschießt. Und dann habe ich grätschen. Ja, ich auch. So, haus, hohe Niederlage. Du hast über 200 an. Ja, dann ist es vorbei. Ich habe 290. Ich habe 150. Ich habe 150. Ja, ich glaube, schon verdient aber. Ich habe ein paar geschenkt. Ja, das schon. Aber ich muss auch ehrlich sagen, in so einem Spiel bin ich richtig schlecht. Ja, das hat man gemerkt. Das heißt auch verdient wirklich. Aber gut. Danke. Du bist so verrückt. Besucher. Du bist gut, du bist klar. Vielen Dank.